Diese hier zum Kauf angebotene 2-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Kaufbeuren. Das Objekt wurde 1971 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 62 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 84.000 Euro. See Immobilien Management GmbH beantwortet gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.